hallo und herzlich willkommen zurück zu creators of ava ja ich sehe hier gerade ach nee das ausrufezeichen das ist von der einen ok 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 ich sehe gar nichts aber was ich sehe ich habe mich zwischenzeitlich nämlich mal ausgelockt was ich sehe ist dass wir die ersten blumen hier haben ach so verstehe die kann man dann vermute ich jetzt mal immer wieder nach ernten das ist ja cool wir sollen das forschungsgebäude im auftrag unserer majestät wollte ich gerade sagen im auftrag von unserer freundin durchsuchen ich sehe links gerade hier oben ist auch noch in aufgabe von ihr was hat sie da noch von aufgabe danke für den seilbankriff dir gefällt dieser alte menschenschrott wirklich was er erinnert uns an unsere alten freunde bemerkenswerte menschen einfach bemerkenswert du kanntest die forscher der letzten aleph expedition die menschen waren so neuartig für uns besonders als wir jung waren einen vermissen wir ganz besonders dr dupont unserem besten freund aber das ist schon lange her wir wissen nicht mal mehr wie der doktor aussieht dafür gibt es fotos sie helfen dem gedächtnis auf die sprünge ja fotos bemerkenswerte freunden der freuden der menschheit leider haben wir keine von unserem doktor wenn wir die augen schließen sehen wir dr duponts ausweis der in einem mantel befestigt ist aber das gesicht auf dem ausweis daran erinnern wir uns nicht ist das nicht seltsam vielleicht finden wir den ausweis ja eines tages beim schrott sammeln ich könnte dir helfen wenn du mir sagst wo ich anfangen soll wirklich danke danke du bist bemerkenswert in der nähe gibt es eine grasland basis in der viele kaputte geräte und alte menschen maschinen stehen die wir nicht verstehen könntest du dort mal nachsehen das heißt dann wohl ja ich gehe mal stark davon aus dass damit auch gemeint ist nee oder moment 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 hier ist ein grüner daumen das sind die pflanzenarten die muss ich noch machen das ist die hauptqueste ich suche das forschungsgebäude ja doch aber da müsste theoretisch auch der punkt sein wo ich eigentlich hin muss oder ich kann da sogar direkt hin porten sehe ich gerade ich bin ja auch doof moment kann ich konnte ich nicht über die karte sogar porten statt da extra irgendwo hinzulaufen perfekt achso ich wollte gerade sagen irgendwas höre ich hier moment ich höre hier aber tatsächlich noch was ach das ist dieses ja ja das machte mich doch total kürre weil ich wusste dass da irgendwas war und gehen wir hier noch mal rein irgendwas muss sicher für sie noch holen die suche das forschungsgebäude habe ich schon mal durchsucht ich durfte nichts aufnehmen außer hier vorne war glaube ich was zum heilen so die frage ist jetzt aber ist das jetzt ihre aufgabe gewesen oder ist das jetzt seine quasi weshalb wir hier hier ist noch mal was doktor margaret nee das ist ihre aufgabe ja das dürfte dann die aufgabe für beide gewesen sein nämlich mal stark an ich hätte jetzt eigentlich nicht hingehen müssen aber egal wir gehen wieder zurück ist das nicht schön wenn man abkürzen kann so jetzt muss ich mal eben schauen der bieter oder wie sie hieß ist hier vorne da gehen wir mal als erstes hin ach so ja das ist dann quasi mit ihr verbunden hey tap ich habe hier einen kaputten pda kannst du den reparieren keine ahnung lass mich mal sehen oh man das plastik gehäuse ist so billig dass die batterie sich verschiebt das ist das gleiche problem dass wir mit unseren modernen pda auch haben typisch aleph warum ein problem beheben wenn man es zur tradition machen kann drück einfach fest auf die unterseite wenn du ihn einschaltest wie sonst auch immer ich lege dir den pda hier auf den schreibtisch vergiss ihn nicht ein menschliches versteckt quest aktualisiert ok menschliches versteckt glaube ich weiß das von ihm nehme ich mal an bitteschön das notizbuch der berühmten doktorin lass mich mal sehen unglaublich hier steht alles drin namenkultur linguistische neuroplastizität was ist das denn sind das zeichnungen sie hat die aleph prime basis skizziert mein gott ist die in den letzten 25 jahren aber ganz schön heruntergekommen das habe ich auch gedacht als ich da zum ersten mal drin war und dieser wasserfall ich wusste nicht dass doktor tour so gezeichnen kann wann hast du das letzte mal etwas gezeichnet ich muss mich auf die forschung konzentrieren ich habe keine zeit zum kritzeln margaret aber schon ja anscheinend schon danke weg das werde ich mir noch gründlicher ansehen so dann haben wir stark beim bitte kommen ja moment 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 vom schreibtisch des doktor jeremia krate was grasland erkundet einige interessante punkte nam honlo dorf oberhaupt neu ernannt nervös ischa oder so kräuterkundler still könnte nützlich sein waieti bote hängt ständig bei doktor dupont rum eifrig aber auch dumm orte dorf arsira nicht wirklich bedeuten seh quelle der flora fauna gewisses potenzial wasserfall höhle dahinter eine sinnlose ablenkung aber dupont scheint das anders zu sehen verschwindet ständig dort bezeichnet es als erholsam ich nenne das faulenzen das ist das eine das ist jetzt aber hier diese eine das ist eher komme ich denn da unten zu dem einen wieder hin ach so das ist aber nur aktualisiert worden dir kann ich jetzt noch kein bild geben ist das richtig mach mal erst mal die sache mit ihm hier ok nimmer erklär mir den gefallen roger melde bitte rede normal siehst du die vertiefung in diesen podest ich glaube ich habe sowas schon mal gesehen aber ich muss ganz sicher gehen auf der anderen seite des viadukts im obersten stock ist ein verschlossenes tor das führt in den dschungel ich muss wissen wie das tor aussieht aus archäologischen gründen soll ich dir ein foto davon bringen ja ja eins von diesen winzigen fantasielosen menschenbildern hallo wer richtig gute fotos machen kann hat aber auch gute fantasie um sowas zu schießen ich muss ohnehin irgendwann einen weg in den dschungel finden also kann es nicht schaden mir das tor mal anzusehen im oberen stock sagst du auf der anderen seite des viadukts das schaffe ich reden wir jetzt von dem wo wir jetzt eben waren wo sein jetzt schon wieder davon reden wir nicht okay die frage ist ach nee da kann ich über die östliche brücke drüber da muss ich aber glaube ich ja meine ich doch die ist nämlich da oben muss ich erstmal irgendwie nach oben und dann war das die wo man so drüber springen muss genau wie war das mit dem ducken ach so jetzt kann ich da ja ich verstehe aha sehr schön okay die frage ist jetzt nur wie komme ich da jetzt rüber das ist doch viel zu groß zum springen oder wenn ich da runter stürze alter kann man auch gehen das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu unsicher hier okay da komme ich hoch ne ja ja ist ein bisschen kompliziert aber es geht es geht hier ist noch was zum weg machen das ist das oder da hinten sind wieder neue ich meine hier sind wir mal gewesen aber von unten und kam hier nicht hoch dschungeltor ach das heißt ich kann jetzt in ein neues gebiet rein oder was herstellen kann ich jetzt ach so moment oder kann ich direkt herstellen nee nee da ist nichts neues bei ich weiß gar nicht wie man überhaupt neue sachen erlernt machen wir doch direkt mal ein foto von mir so und zack ich finde das muss sein ja und nun ach so zeige das foto ach so ich sollte da auch tatsächlich ein foto von machen ist das denn überhaupt ein foto was er gebrauchen kann weil eigentlich aber ich habe glaube ich alles fotografiert auch oben das zeichen meine ich zumindest okay jetzt ist er hier wieder raus gesprungen ach wie viele punkte haben wir hier eigentlich eine rucksacktasche ein fertigkeitspunkt also bringt uns das noch nicht viel dann würde ich sagen bevor ich da wieder rumspringen muss dass ich mich da nochmal rüber bühne alter aber sonst geht das noch ich dachte grad schon ja okay das ist immer noch die aufgabe mit der einen das kann ich dann aber erst machen wenn wir da in den anderen bereich reinkommen so ich habe das foto von der großen alten tür das du haben wolltest super weißt du als ich noch ein nest häkchen war standen die ataris tore alle offen aber eines tages sind sie ganz von alleine zugegangen aber egal lass mich mal dein bild sehen ja das dachte ich mir die vertiefung am tor ist genau wie die auf dem podest hmm sie sind verbunden ja wenn wir das podest aktivieren sollte sich das tor zum nari dschungel öffnen klingt gut dann kann ich neue spezies aus dem dschungel retten du kannst dir alte steine angucken und die dschungel namen können honlo besuchen kommen prima für alle da gibt es nur ein kleines problem problem ich hasse probleme wir brauchen einen schlüssel für das podest siehst du das radsteinfragment an meiner gürtelschnalle das habe ich gefunden als ich klein war aber mein nesthüter nicht so wichtig jedenfalls glaube ich dass der radstein der schlüssel für so ein podest ist aber ich habe nur ein fragment wenn wir das tor aufschließen wollen dann brauchen wir die restlichen teile deiner schicken gürtelschnalle alles klar weißt du wo sie sein könnten es ist nur so ein gefühl aber ich habe gehört wie sich honlo mit der nesthäkchen obom gestritten hat dem vogelflüsterer ja dem kind das die uhol losgeschickt hat honlo schien verärgert ich glaube obom hat etwas verbotenes gefunden frag honlo danach ich bin sicher das oberhaupt hat sich inzwischen an dich gewöhnt noch eine audienz beim dorfchef super hm was ist mir hier rum ah hier vorne ist er genau hallöchen ich grüße euch ehrenwertes oberhaupt der namen wir wissen dass du so redest um uns zu verärgern es funktioniert habt ihr obom gesehen ich glaube euer nesthäkchen hat etwas das nima und ich gebrauchen könnten ihr seid also schuld daran das hätten wir uns denken können was was habt ihr zu obom gesagt vielleicht habt ihr deren kopf mit flausen gefüllt was soll dieses gerede von liebesvögeln oh ich habe obom nur von einer papageinart erzählt die es auf der erde gibt ich wollte nicht streng doch einmal deinen kopf an ein nesthäkchen ist wie frischer ton auf einer töpferscheibe eine berührung an der falschen stelle kann die ganze schale verformen obom ist weggelaufen den kopf voller menschenideen und gräbt nach extravaganten steinen mehr relikte um unsere wahre liebe zu zeigen sagt obom pah verstehe und wo sucht obom nach diesen ähm liebesbeweisen wahrscheinlich im steinbruch unser nesthäkchen hält ihn für ein geheimversteck und geht oft dorthin aber wir wissen davon wir lassen obom gehen nesthäkchen brauchen manchmal zeit für sich selbst um nachzudenken um eva zu finden um zu begreifen dass manche ideen dumm sind ich liebe eure charmanten einschätzungen der menschlichen kultur tausend dank o weises oberhaupt sei nicht albern ok dann schauen wir mal ähm theoretisch können wir da hin ich bin mir jetzt nicht sicher ob uns das jetzt viel hilft aber theoretisch können wir ja hier hin da müssen wir mal schauen moment ach das ist wieder dieses ach könnte ich doch mal oh 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 die sind wieder neu aber wieso kommen da mal wieder neue tiere hin ich dachte wenn man die einmal hier geholt hat dann ist die gegend erstmal aufgebraucht sozusagen ich meine hat natürlich auch was für sich weil dann kann man hier immer wieder sachen die man vielleicht mal verpasst hat neu aktivieren äh moment da ist unten dieser steinbruch oder was das ist da gemeint ne ah ja er hat ja auch gesagt er geht in den steinbruch was brauchst du denn noch also einen vogel hatte ich gerade einen vogel habe ich sowieso aber ich meine jetzt den ich hier hm müssen wir mal gucken ich gehe jetzt erstmal hier runter so da ist zum beispiel noch ein vogel aber wie kriege ich den da hoch wahrscheinlich gar nicht ne so haben wir hier irgendwas was wir auf dem weg vielleicht einsammeln können sieht nicht so aus da ist auch nichts können wir das einsammeln einsammeln nicht aber wir haben eine seilbahn aktiviert sehr schön ich guck mal eben äh wo kommen wir denn hier aus da unten können wir auch noch was machen ähm wieso bin ich jetzt hier ich dachte ich muss jetzt hier rein folge obomszahmen ohol ah ok ich würde aber gerne mal kurz gucken bevor ich da jetzt rumgehe wahrscheinlich wird der jetzt gleich mit uns hier hingehen ich bin mir nicht sicher aber ich möchte zumindest mal mich kurz umschauen ach äh ok wieso geht das immer auf und zu na gut vielleicht kann er uns dabei helfen ich bin mir nicht sicher aber gut wir müssen dem vogel folgen die wir schon verloren hatten in dem moment wo wir nicht verstanden haben worum es genau ging ich denke mal der ist hier unten rechts irgendwo oder ah eine seilbahn sehr schön können wir da nämlich auch wieder raus ich würde mal behaupten dass er auf jeden Fall hier gewesen ist hallo ja bitte ich habe doch gerade was gehört aber soll hier sein oder ach die habe ich glaube ich gehört da unten hm hm die Frage ist soll er hier sein oder soll er irgendwo da oben sein weil da oben ist auch nur mal so ein Räucherding oder ist er hier irgendwo ich guck erstmal kurz hier aha aha erkunde die Höhle ok ich befürchte dass das irgendwie noch eine größere Aufgabe werden wird hier hm also draußen haben auf jeden Fall auch noch so viel was wir da noch entdecken können da sind ja viele von diesen Stängeln hier drin alter Schwede also dann ist der Robo dann ist der Robo äh äh wieso Moment wieso soll ich jetzt mit dem Oberhaupt sprechen hä ich soll nicht die Höhle erkunden warum denn das da hinten ist auch noch einer äh Moment äh äh ok ihr verwirrt mich jetzt hier alle hm oh hm nicht die nicht die Art von Krise wir meinen wir meinen eine Krise des Herzens er ist verliebt oh je bitte sag uns wenn man verliebt ist wie der Mensch wie die Liebesvögel hm wie viele Personen muss man dann die Liebe gestehen 50 oder reichen 20 oh nein ähm vielleicht können wir später darüber reden aber sag mal hast du zufällig einen besonderen Stein gefunden gezahnt blau seltsam geformt hm oh der hm wir dachten wir können den ein wir können den können wir einer unseren 50 geliebten Personen schenken hm aber Nesthüter Honlo war außer sich der Stein er stammt von den Antaras Antaris mhm normalerweise täuscht unser Nesthüter vor solche Dinge nicht zu sehen aber diesmal nicht Honlo hat ihn mir weggenommen verstehe das hätte mir auch sein können hör mal Obom dein Nesthüter macht sich Sorgen um dich mhm warum gehst du nicht zurück ins Dorf lass uns das bereden und gemeinsam eine Lösung finden mhm na gut aber erzähl dem Oberhaupt nicht von unserer geheimen Möhle ich verspreche es mhm da muss ich auf die andere Seite ran oder? ah Moment so die Ava Sicht ich glaube ich brauche dich das hört sich an ey also richtig coole Geräusche ich liebe diese Art von Geräuschen so ein bisschen vom Regenwald oder so ah du kannst da auch durchgehen glaube ich oder? nein mit Y nicht mit B äh nicht mit X ähm da komm ich doch jetzt wieder hier raus ne genau sooo dann nehmen wir uns das nur schnell mit eigentlich machen wir ja was anderes aber vielleicht lohnt sich die Mühe ja auch ich mein manchmal haben ja auch so Rucksäcke oder sowas die dann so vor ach ne das ist zum wegschicken ok hier ist noch was zum ausgraben Jungs und Mädels kommt mit so Moment wen brauche ich denn? komm mal raus hier hallo äh da rum so kommt mit Jungs und Mädels ich muss euch einmal wegschicken da haut er einfach ab na gut ich denke mal dass damit die Höhle dann auch erledigt also ich glaube mehr haben wir hier tatsächlich nicht äh äh war das jetzt hier ach so kann ich mich von hier aus eigentlich auch wegbeamen ach ja guck mal das wäre doch viel schneller so langsam gewöhne ich mich dran dass man immer angeschrien wird hier direkt wenn man da ist ähm gut ich möchte die Folge jetzt auch nicht zu lang machen aber wir hören uns auf jeden Fall nochmal eben an was hier der 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 wo oben war der Anführer ne? äh was der zu sagen hat ach so das Nesttik hier muss ich noch fotografieren scheiße das habe ich vergessen ne oh bumm war der kleine Moment dich muss ich noch fotografieren zack ersetzen achso ich habe ihn schon fotografiert na gut aber trotzdem ja ich würde sagen das nehmen wir das nehmen wir da ist er schön am lächeln das nehmen wir auf jeden Fall so du Ratte mit dir muss ich nicht mal sprechen hier ich sehe o bumm ist wieder da ja ey ok war sei Dank oberhaupt das Radsteinfragment das ihr eurem Nesttikchen abgenommen habt das Antares Relikt habt ihr das zufällig noch? so etwas haben wir nicht beleidige uns nicht ok aber alles was wir haben ist ein harmloses Bruchstück eines ordinären blauen Steins völlig unscheinbar vielleicht kannst du damit vorlieb nehmen aber das ist der rar ähm ja habt Dank oberhaupt der ist perfekt nur so aus Neugier wo hat euer Nesttikchen diesen äh harmlosen Stein gefunden vielleicht kann ich dafür sorgen dass solche ähm unbedeutenden Bruchstücke nicht mehr in die Hände von naiven Namenkindern gelangen hm das ist in der Tat ein lohnenswertes Vorhaben jetzt wo wir darüber nachdenken wir haben vor kurzem ein Torhaus im Südosten erbaut unsere Wachen halten alle davon ab den ähm alten Ort zu betreten der dahinter liegt aber o bumm ist mit einer der Wachen befreundet frag uns nicht warum die könnten unser Nesttikchen durchgelassen haben um diesen ähm umliebsamen Ort zu erkunden ich vermute mal dass das die Ecke ist wo wir auch schon mal gewesen sind wo wir ähm ja wo wir auch nicht mit dem Wachen reden konnten nicht wirklich aber dieser Ort könnte ähm ein Hort der Korruption sein verkommen sein ein schlechter Einfluss sein genau das haben wir auch gesagt ach Mensch wir fangen an uns zu verstehen das macht mir Hoffnung sprich mit dem Hauptnamen der Wache Garek wenn die dich aufhalten dann sag dass wir dich schicken wenn du weitere ominöse Objekte findest dann nimm sie mit entferne sie mach damit was du willst solange die Nesttikchen sie nicht in die Finger bekommen ok neue Quest denk an die Kinder sehr schön das war hier unten ja ja genau das ist nämlich genau der Ort wo ich gesagt habe dass wir da ja ja da teleportieren wir mal eben hin wer bist du denn jetzt achso du bist die ja doch ich weiß das ist ja auch direkt in der Nähe gewesen da musste man nur hier den Weg hoch und dann war man auch schon da die Frage ist jetzt wenn das jetzt nur noch 5 Minuten dauert dann würde ich das mit euch eventuell noch schnell machen wenn das jetzt natürlich eine längere Sache ist bis wir das gefunden haben mit etlichen komplizierten Rätseln oder was weiß ich was dann sieht es eher schlecht aus wir sind die Witze gewöhnt ok muss ich jetzt noch hoch ach da Hallöchen da du einen Namen hast darf ich dich doch mal fotografieren ich hab dich schon fotografiert ja den können wir aber setzen der sieht irgendwie so komisch aus bei dem alten so Honlo hat gesagt ich darf passieren das Kennwort mir wurde nichts von einem Kennwort gesagt es gibt auch keins vor einer Weile haben wir einen Menschen das gleiche gefragt und er hat angefangen dumme Sachen zu sagen haha öffnet das Tor der Mensch darf passieren vielen Dank vielen Dank ist hier oben noch irgendwas außer das zum herstellen da sehen wir auch nichts Neues gut dann viel Dank sooo das sieht mir in der Tat nach einer etwas längeren Expedition aus dann würde ich tatsächlich sagen damit die Folge jetzt nicht so wahnsinnig lange wird dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann ich denke das letzte Fragment weil das ist dann ja das dritte in der nächsten Folge suchen werden und dass wir dann hoffentlich auch den Zugang kriegen werden zu einem neuen Bereich ich freue mich schon wahnsinnig drauf ich freue mich schon wahnsinnig drauf vielen vielen Dank und bis zum nächsten Video Ciao Ciao wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge Ciao